Hi Leute, hier ist wieder Christian und im heutigen Video möchte ich mit euch das HTC U12 Plus mit dem LG G7 ThinQ vergleichen. Vor allem für Leute, die im Android-Kosmos abseits von Huawei oder Samsung nach Flaggschiffen suchen, dürften diese beiden Geräte von sehr großem Interesse sein. Wie auch bei meinen herkömmlichen Testberichten schauen wir uns beide Geräte in verschiedenen Kategorien an und ziehen am Ende einen Schlussstrich, wo Stärken und Schwächen liegen. Im Bereich Verarbeitung und Design gibt es zumindest bei erstgenanntem Punkt ein ganz dickes Unentschieden. Dem Preis angemessen sind beide Smartphones hervorragend verarbeitet, wobei jedes Gerät für sich eine andere und ganz spezielle Haptik bietet. Während das G7 mit knapp 8mm eher der filigrane Vertreter ist und wirklich richtig toll in der Hand liegt, wirkt das U12 Plus mit fast 10mm deutlich massiver und auch wuchtiger. Das fühlt sich keinesfalls schlecht an, es sollte nur vor dem Kauf beachtet werden. Die Druckpunkte der G7 Buttons sind auf einem sehr guten Niveau. Die Buttons des HTC Smartphones funktionieren jedoch anders. Hier wurden Tasten symbolisch im Rahmen integriert, beim Druck wird jedoch durch einen Vibrationsmotor ein Feedback an den User wiedergegeben. Auch wenn das am Anfang etwas ungewöhnlich wirkt, so ist deren Handhabung nach kurzer Zeit sehr einfach. Mit dickter Unterseite finden wir in beiden Fällen einen USB-Typ-C-Anschluss. Das G7 verfügt zudem noch über eine traditionelle Klinkenbuchse. Möchte man beim U12 Plus ein Headset anschließen, so ist der mitgelieferte Adapter vonnöten. Bei einem fast identisch großen Display ist das G7 ThinQ in allen Belangen kompakter, sei es in der Höhe, Breite oder auch Dicke. Auch beim Gewicht bringt das HTC-Gerät rund 22g mehr auf die Waage. Bei den technischen Daten gibt es gar nicht so viele Unterschiede, wie man vielleicht meinen mag. Beide Smartphones kommen mit dem aktuellen Snapdragon 845 Prozessor. Dazu noch 6GB RAM beim U12 Plus, 4GB RAM beim G7 und wiederum beide mit 64GB erweiterbarem Speicher. Auch bei den Drahtlos-Protokollen gibt es mit Bluetooth 5 und WLAN AC einen Gleichstand unter den Konkurrenten. Die Performance ist auf beiden Geräten sehr gut und unterscheidet sich wirklich nur in Nuancen, hier mit Vorteilen beim HTC-Smartphone. Während beide objektiv annähernd gleich performen, ist das U12 Plus Subjektiv immer noch mal einen Tick schneller. Dass auf beiden Geräten alles an Spielen und Anwendung möglich ist, bedarf eigentlich keiner weiteren Erwähnung. Mit 3500 mAh beim U12 und 3000 beim G7 ThinQ sollte der Sieger beim Akku-Vergleich schnell ausgemacht sein. Nun, in der Realität sieht es etwas anders aus, da beide Smartphones eher zu den Akku-fressenden Gesellen gehören, sodass man, wenn man sich anstrengt, gerade so durch den Tag kommt. Bei härterer Gangart musste ich mit beiden aber auch schon mal zwischendurch an die Steckdose. Da hat dann auch der 17% größere Akku des HTC-Smartphones keinen Unterschied gemacht. Prozentual gesehen macht daher das G7 den besseren Job. In meinem Akkutest beim YouTube-Schauen mit 50% Helligkeit und 50% Lautstärke kam ich auf Werte von 7,7 Stunden beim U12 und knapp 9 Stunden beim G7 ThinQ. Neben Displays, den Performance- und Kamera-Eigenschaften ist mittlerweile auch der Sound bei jedem Hersteller das ganz große Thema. HTC beschreibt das als Boom-Sound, LG als Boom-Box und unterm Strich klingen beide Lautsprecher besser als 80% ihrer Genossen. HTC spendiert dabei dem U12 Plus Stereo-Speaker, die nicht nur sehr laut, sondern über die gesamte Breite auch sehr sauber und klar klingen. Im Vergleich mit dem LG-Smartphone aber mit weniger Bass. LG hingegen nutzt den Resonanzraum des Smartphones in Kombination mit dem Mono-Lautsprecher dazu, ein basslastigeres Klangbild zu erzeugen. Das funktioniert in der Tat auch recht gut, die dadurch entstehenden Vibrationen können jedoch etwas nerven und Höhen sind etwas im Hintergrund. Unterm Strich würde ich daher zum HTC-Smartphone greifen. Die Fingerabdrucksensoren, die in beiden Fällen auf der Rückseite sitzen, entsperren beide Geräte zuverlässig, könnten im Vergleich mit anderen Konkurrenten aber noch einen Geschwindigkeitsschub vertragen. Eine Besonderheit darf in diesem Kapitel aber nicht vergessen werden, zumindest nicht beim U12 Plus. Mit Edge Sense der zweiten Generation kann auch hier der Rahmen auf unterschiedlichste Art und Weise gedrückt, gehalten oder angetippt werden. Dabei können diese Handlings verschiedene Aktionen, wie das Starten von der Kamera, Aufrufen eines alternativen App Draws oder das Verkleinern des Bildschirminhaltes zugewiesen werden. Da es ein Feature ist, was man nutzen kann, aber nicht muss, ist es ein Pluspunkt für das U12 Plus. Die Displays der beiden Smartphones sind auf dem Datenblatt annähernd gleich. 6 Zoll IPS bei HTC, 6,1 Zoll IPS bei LG. Beide mit einer Quad HD Plus Auflösung. Während mir beide Display hinsichtlich der Schärfe, Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität sehr gut gefallen haben, ist das G7 in Sachen Helligkeit der ganz klare Sieger. Wie schon in meinem 72-Stunden-Fazit zum U12 Plus erwähnt, ist dessen Helligkeit, vor allem im Außeneinsatz, zu gering und muss sich dem Display des G7 mit Boost-Modus um Längen geschlagen geben. Wer jedoch wie beim ThinQ nicht auf einer Notch, also die Auskerbung im oberen Bereich steht, der solle vielleicht doch eher zum U12 greifen. Das wohl interessanteste Battle dürfte wohl zwischen den Kameras der beiden Flaggschiffe stattfinden. Obwohl beide Hersteller Dual-Kameras verbauen, gehen sie jedoch in unterschiedliche Richtungen. HTC setzt auf eine 12-Megapixel-Kamera mit f1.75 Blende und stellt diese Optik nur eine 16-Megapixel-Telefotolinse an die Seite, mit der zweifaches und verlustfreies Zoom möglich ist. Das G7 hat zwei 16-Megapixel-Kameras, wovon die Hauptkamera eine f1.6er Blende besitzt und die zweite Kamera über ein Weitwinkelobjektiv verfügt. Hier kann also schon der User vor dem Kauf entscheiden, ob er lieber sein Smartphone zum Zoomen oder für Weitwinkelaufnahmen nutzen möchte. Vergleicht man die Bilder der Hauptkameras, so sehen die Ergebnisse auf beiden Geräten richtig toll aus, wobei das U12 Plus nochmals mit etwas kräftigeren Farben und einem höheren Dynamikumfang die Nase vorn hat. Insbesondere bei schwierigen Lichtbedingungen und zunehmenden Low-Light-Eigenschaften wird das U12 Plus stärker und lässt das G7, das die aktuellste Filmware besitzt, hinter sich. Zum einen werden hier deutlich mehr Details wahrnehmbar, auf der anderen Seite dunkle Bereiche heller abgelichtet. Wobei die Smartphones etwas an ihre Grenzen stoßen, sind direkte Lichtquellen, die des Öfteren ausbrennen. Auch im Videobereich muss ich das G7 dem HTC Smartphone geschlagen geben, da dessen Autofokus schneller ist und zudem Videos in 4K und 60fps aufnehmen kann. Für einen detaillierten Kameravergleich schaut euch auch mal das Video von Dani an, das ich euch unten verlinkt habe. Auf beiden Smartphones kommt mit Android 8 Oreo die noch aktuellste Filmware zum Einsatz und auch für die Zukunft dürften noch mindestens die nächsten beiden Updates vorgesehen sein. Sowohl LG als auch HDC legen nochmals einen Skin über die Oberfläche, der bei HDC Dezender ist, beim LG Smartphone aber ebenfalls nicht störend oder aufgesetzt wirkt. Mittlerweile ist es auch so, dass identische Features bei beiden Herstellern zu finden sind. Während man mittels doppeltem Antippen des Rahmens ein AppDraw-Karussell beim U12 Plus öffnen kann, kann beim ThinQ eine kleine Leiste am Bildschirmrand positioniert werden, die auch mit Schnellverknüpfung belegt werden kann. Wie schon im Bereich Performance kurz angerissen, wirkt die Oberfläche des HTC Smartphones subjektiv einen Tick schneller. Kommen wir damit auch schon zum Fazit dieses Vergleiches. Und nochmals zurückblickend auf die angesprochenen Punkte gibt es in jeder Kategorie Stärken und auch Schwächen. So sehe ich beide Smartphones im Bereich der Verarbeitung auf Augenhöhe, während Design und Haptik Geschmackssache sind. Das HTC ist dicker, liegt zatter in der Hand, das G7 ist dünner und wirkt filigraner. Bei den technischen Daten gibt es einen Gleichstand, da beide Geräte nicht nur gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt sind, sondern auch recht identische Hardware-Komponenten besitzen. Leistungsmäßig, und da kommen wir schon zu einem Pluspunkt, ist das U12 Plus etwas stärker aufgestellt. Im Bereich des Akkus hat das G7 wieder die Nase vorn. Ebenso ist das Display des LG Smartphones besser, da hier vor allem die Helligkeit den entscheidenden Ausschlag gibt. Im Bereich der Kamera darf sich der User schon gerne vor dem Kauf entscheiden. Steht ihr hier mehr auf Zoom oder Weitwinkel? Im direkten Vergleich der primären Kamera gewinnt das U12 Plus, im Video 4K und 60fps, hinzu ein extrem schneller Autofokus, bei Fotos der höhere Dynamikumfang, die kräftigeren Farben und bessere Lowlight-Eigenschaften. Bei der Software würde ich aus dem Bauch entscheiden, um dem HTC-Gerät den Sieg zu sprechen, da nicht nur die Oberfläche cleaner wirkt, mit Edge Sense 2, sondern auch ein zusätzliches Feature, die Nutzungsmöglichkeiten erweitert. Zusammenfassend stehen wir damit bei einem 3 zu 2 für das HTC-Smartphone, das in einigen Bereichen das G7 hinter sich lässt, in wenigen aber auch den kürzeren zieht. Je nachdem, wie eure Präferenzen sind, bekommt ihr hier definitiv zwei richtig gute Smartphones. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Vergleiches, in diesem Falle zwischen dem HTC U12 Plus und dem LG G7 ThinQ und bedanke mich an dieser Stelle mal wieder, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert, ein Like hinterlasst, das Video mit euren Freunden teilt und natürlich auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!